die mann zu und schärfen ja ja und willkommen mein name ist an die wahlp und begrüßt euch zurück zuletzt play dragon ball z kaka rot ja in der letzten folge haben wir uns einigen aber einigen nebenquests gewidmet und ja wir haben den times gibt gemacht zur marcia saga wir sind jetzt sieben jahre vorangetreten in der zeit und ja mit sagen wir machen jetzt weiter mit was wir ja auch immer jetzt machen müssen wir müssen zur westlichen hauptstadt gehen und ja wir sind immer noch unterwegs als der große seiermann die geime identität von song gohan damit er seine kräfte ja nicht allen zeigen kann und nicht auffällt und so ja wir werden von widel mr satans tochter erpresst am welt mit teilzunehmen weil die unsere geime identität kennt und es allen ja sagen wird wenn wir nicht daran teilnehmen und ja aber erst mal gehen wir mal zur schule mal bis zum turnier ist noch ein bisschen zeit glaube ich was gar nicht mehr wie viel zeit da war ein paar wochen war so ne in der serie wo siehst du das mal zur schule gehen der quatsch müssen wir müssen gar nicht zur schule müssen hier zu wohl mal gehen oder land was ein blauer haben wir wollen sie erkenntnis nicht ja 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 johannes gedau sein mit ein bisschen kann man sich nur mit kappa bret sei am an der namen der kalt ist das ja kann man sich schon dass sie die noch mit das an die dann mit ein konto garten freundlich machen können auf der karte markiert gesundheit ich glaube dann muss da und die sich so nahe stehen stimmt dass er das doch kommt mir das wort ist unternehmen quest ehrlich gesagt aber okay allein schon weil wir von lunch diese mission wie der neben charakter neben charakter aller zeiten weil sie auch vergessen wurde von der kirche aber warum wie kann man ein charakter der sich wenn er nie ist in anderen charakter verwandelt vergessen das verstehe ich bis heute noch nicht mit geht doch nicht wird aber schon da auch der edit an schulden immer aus dem weg ich glaube das schaffe ich hast du früher noch gesagt vor sieben jahren natürlich war da jetzt mal jemand direkt davor das gibt es jetzt nicht gehört gott sei dank ich habe direkt in der zähne ein aber wenn der juni aus denken hat jetzt ich kopte encies wacke sind erstaunt vor schrecken musik fetzt voll ich bin immer gerade in der komo drinnen kann nicht aufhören ich kann einfach nicht aufhören wir sind schon mehrere konter hose zwei auf einmal sagt und kaboom und den ihr noch hinterher naja nein denn ausgewichten selbsterstörung weg selbsterstörung eingesetzt genau gesehen da rechten seite Okay, ich habe das alles geholfen. Ah, danke! Ich kann mich nicht sagen! Hahaha, ich habe das natürliche Sache gemacht. Wo ist der Verbewerb? Ra... Ra... Ich habe das Verbewerb, aber ich habe alles geholfen. Was? Ich habe mich auch geholfen. Ich habe auch die Leute geholfen. wirst ja wenn jemand spricht dann wenn du niest dann spricht gerade jemand weil ich das irgendwie so was dann ist glaube ich nur in japan so oder oder jetzt hat irgendwie allgemein auch so sagen wir doch in anderen länder ich kenne nämlich nur aus an dem ist wenn du nächst dann spricht gerade ich hatte war nicht sehr geil nicht mehr lange sieht die sonne ak ich vermisse irgendwie dieses geräusch so 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 Ich weiß, dass wir die Schrauben nicht verletzen müssen. Ich werde die Diensten von den Tenshin-Han aus dem Boden herunternehmen. Können Sie mir das Essen auch mit dir? Ja, natürlich. Und ich bin nicht der Schrauben, sondern der Great Siamman. Oh, okay. Nein, du bist sehr gut. Es war auch sehr gut. Es war auch sehr gut. Man kann es so gut für die Verkaufgabe sein. Es ist wirklich gut. Ich bin so froh, dass ich mich so glücklich bin. Ich habe die Verkaufgabe von der KC-Han-San gemacht, dass ich die Verkaufgabe von der KC-Han-San habe, dass ich mich für die Verkaufgabe von der KC-Han-San habe. Es ist gut, oder? haben wir diese nebenquests erledigt ist voll angefühlt für eine dann gehen wir mal zur westlichen hauptstadt gerade gegangen aber man war ja nicht da und seine identität während des kampfs gegen das verbrechen zu schützen er findet zum gohan ein alter ego den großen seiermann leider wird seine variante schnell von seinen klassenkamera den video erkannt haben wir schon mal fortschritt ist mal zeigen deine grundwerte zu erhöhen nach ich esse nicht da soll ich dann hier gestern zu spielen nur außer ganz am anfang im ersten part vielleicht ein tutorial so keine ahnung wir mal gucken du bist nicht bäume ok alles klar in die stupe 1 charakter sei mich zu holen der gruppe das ist gar nicht wahr daher bekommen wir so erfahrungspunkte ich wurde erpresst die ganze welt hat doch gesehen aber doch mit kamera aufgenommen ihr Morst ist ihr wo das ist die Das ist so, wenn man sich so gut ist, dass man sich so gut ist, dass man sich so gut ist. Und was ist das? Dass man sich die Hälfte ändern kann, wenn man sich die Hälfte ändern kann? Nein, das ist nicht so. In der Trenka-Ist-Budau-Karte, die Hälfte und Protektoren haben, müssen wir nicht verhalten werden. ist ja damit zum volumen darauf kann es auch irgendwie selber aufkommen ein großer zahlen version 2 habe ich eine perücke sowie damals schon kommenter so ich den boden mit uns aufpasst und so brauchten wir einen job die ist auch stinkreich was O父さん O父さんの声だ O父さん そうでしょ カカロット そうだ 久しぶりだな 今あの世から 火曜様として話してんだけど ちゃんと聞こえてる みたいだな お元気でしたか お父さん お うん お父さん また 楽しみにしているぞ 覚悟しておけ 俺はずいぶん腕を上げた オラモダーベジータ じゃあみんな 変化一部どっかで会おうぜ よかったわねごはんくん 早くお母さんやごてんくんや クリリンくんたちに伝えてあげなきゃ はい いいぞ 面白くなってきた オラモダーベジータさんも 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 gleich mit zonboko hat die welt vor piccolo gerettet vor könig piccolo und ja was dann passiert kein schweinweiß hat mehr und wir werden jetzt wieder voll beschäftigt sein für diese folge habe ich sorge für alles klar hier ist irgendwo der quest habe ich gesehen genau gesagt hier aber ist auch kämpfen trunks sowieso ein roten also morgen du kommst genau richtig genau es ist ein spaß habe ich habe gar nichts zu tun abwertung klar doch ja und man hat mir gesagt ich soll einen augen auf trunks haben wenn sie unterwegs ist ja bis der beste song gohan ich habe mal eine ziemlich egoistische bitte kann auch ich helfe gerne so gut ich kann super ich will irgendwohin wo er sich wo ich sie richtig auslasten kann okay wenn du was wirklich willst da kann ich genau den richtigen ort wirklich wir können dahin wo ich mit piccolo trainiert habe eine höchste ist voller dinosaurier das klingt hammer wo ist das in der ödnis wo sie sind mal sehen dort hinten müsste es sein okay wo fahren wir noch gehen wir warte mal kurz gehe ich soweit vor jetzt haben wir hier bin ich gerade mit der ebene bereich da stimmt da ist da wo ich mit mr piccolo trainiert habe als ich noch ein ganz kleiner junge war kann aber wird die ganze zeit immer so ein video empfohlen auf youtube irgendwie kakarott hat eine identitätskrise ich habe schon so hat gefühlt ich weiß genau worum es da geht ich habe es natürlich nicht angeklickt weil da sind wahrscheinlich massive spoiler und so alles drin wirklich von drängen muss jetzt spoilern lassen könnte aber ja ich nehme mal ich nehme jetzt mal stark an das thema dreht es hier darum dass man nicht so oft zum goku spielt obwohl das spiel kakarott heißt würde ich jetzt mal ganz stark annehmen so wer wird hier ein turm angezeigt weil ich da ehrlich noch mal kaputt war hier noch ein nächstes an sonne da ist noch einer aber ist egal obwohl jetzt gar niemand das war ja nichts besonderes ob ich gar nicht entschuldigung aber so ein road kill ja du hast aber schon wieder neue sachen ja wusste ich doch wenn jemand hat diesen road kill gesehen gerade wieder eine erinnerung irgendwo freigeschaltet waren wir sie da da sehe ich auch quest symbol als war wahrscheinlich wieder beschäftigt damit nehmen quest in dieser folge schade ja 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 nein wer was war was war drunter halle ich nicht aufgemacht rad von berg in flammen und die anderen treffen auf dem rad von berg ein um sich den dragon ball ist in der teufel zu holen stellen jedoch fest dass der berg in flammen steht das feuer würde so stark dass selbst sehr mächtig erinnert um das nicht löschen kann in der wässlichen lager fährt zum roko etwas neues übermuten und seine adoptiv vater song waren adoptiv großvater meine animation eingeführt aber irgendwie sieht man nicht die animation wenn man in der ego perspektive ist also irgendwie was nicht bringt irgendwie nicht so dass und frise raumschöpfe kaputt ich bin eigentlich nur geschenke haben heim ist noch ein ist noch ein tor mehr da was hier ja da kann ich kaputt machen jetzt weiß ich hatte ich den schon ich dachte ich war schon ja mann die sauer kaputt glaube ich ja das acht die sehen würde noch gesagt du sollst nicht weglaufen jetzt gut ehrlich die wir uns haben mich zwar erst geladen aber nach ein paar schlägen sind sie davon gelaufen okay das wird nicht reichen ich weiß warum kämpfen wir nicht gegeneinander klar klar doch du bist ja ich bin jetzt auch hier wir kämpfen jetzt okay zwangskind steht da sogar ja doch in die fresse ich glaube ich habe diese fähigkeit ausgerüstet wo ich mehr schaden machen wenn ich den schwächern gegner kämpft weil so mittlerweile habe ich ganz schlecht das ist noch mal aufwand einfach immer weiter mann du hör auf mein schweiz pfeift manchmal kann man das in die commons einsetzen spezial angeführt manchmal nicht da war neben frank naja naja aber gesehen da oben in man das sage ich deiner mutter ich bin einfach gefloppt hatte wenn man vielleicht noch mal angefangen kann mit so an in die wand gedonnert aber du bist verstand verdammt stark so an du brauchst du machst große fortschritte er ist viel stärker als ich dachte ich hätte fast verloren ich bin noch lange nicht so stark wie ich da möchte ich will noch mehr gegen mich noch ich will noch mal gegen die kämpfe um mich zu verbessern du bist schon stark wollen willst du noch stärker werden ich dass mein papa sie stark sein kann verstehe aber ich bin noch meilen weit davon entfernt da will ich noch mehr mit ihr trainieren also in dem fall sagt bescheid wenn du mal kampf weit bis gehörte mission aber noch keine seelen abzeichen mit dem haben habe ich nehme an dieser trunks jedoch als der zukunft trunks future trunks keine ahnung für mich gibt es immer drei verschiedene trunks einmal trunks einmal future trunks und einmal gt trunks und future trunks der einzige der irgendwie in ordnung ist der einzige charakter irgendwann sachen geregelt kriegt in der gesamten serie wenn man so darüber nachdenkt so wie haben wir wie ist die normaler racer die dinge wie so ein bösen sobald bösewicht so bösewichten so ein super halsen serie comic oder was weiß ich dass mich endlich in ruhe jetzt kommen schon ich möchte auch nur ein einziges das ist alles ich habe nein gesagt hey das ist der race aus der schule sie scheint in den schwierigkeiten zu stecken der große frauen hält wer ist ja ich muss die retten dass mich in ruhe sonst rufe ich um hilfe hey du bist echt süß wenn du sauer bist du da weg von der jugend dame siehst du nicht dass sie sie belästigt wie bist du ich bin der große seiermann der verteidiger des rechts der große seiermann war was weil was von luschen haben ist das denn und schau mal den opfern hast du einen schraublocker kollege aufhören kein wort mehr von dir habe ich keine angst ich mache dich richtig fertig naja weil man mal sehen hier ist noch einfach mal den hier um und weg seid ihr ja oder weniger die beiden getroffen gut er lag doch schon am boden man ich wünschte echt das wird irgendwie öfter passieren aber die gegner irgendwie bedommen zu machen das ist irgendwie voll schwer muss die ganze zeit mit spezial angriffen bombardieren habe ich auch für die betäubung die heilt sich immer so schnell manchmal sie sich schon vorher tot aber in die frise sehr gut da wo sie jetzt ernsthaft was meine maschine zerstört und fliege ich verschwinde wo endlich ist er weg ich hasse solche typen hey dank dass du mir bei diesen geholfen hast du musst wenn ich dann ich bin froh dass es dir gut geht ja was macht er mit der lia ich habe ich habe ein notsignal von so schnell wie möglich herkommen sei es in ordnung kommt so spät wie der dieser kavalier wirst du noch gleich der große irgendwas oder der verteidiger des rechts der große zeiermann genau irgend so ein ekel typ hat mehr zugesetzt aber der große zeiermann hier hat ihm vertrieben bitte sagt ihr nicht wer du willst du dich dann identität geheim hatte oder na schön ich spiele mit froh du bist mal dritte in der not moment war ein großer zeiermann ich glaube schon gehört du bist doch dieser hält von dem alle erzählen oder ja das bin ich deine stimme ist ziemlich angenehm und dazu bist du auch noch ein ganz schön dabei bist du auch noch ganz schön groß scheiß ausgesprochen stark sein wahrscheinlich könntest du mich vor jedem bösen boden beschützen ich wette hast du unter diesen helm echt gut aussiehst du hast du das große zeichen das geht doch bestimmt unter wie öl oder nein das hat mir das ist mir noch ein bisschen peinlich wenn du ein guter sport ist habe ich noch mehr interesse wenn jetzt noch einen für schon das besser auf jeden fall der perfekte freund also ja lass uns umfahren nur ein bisschen was wir waren auf dich los wie der bei uns aber ich habe kein führerschein ich bin noch 16 wie will ich nur in diese schlaumasse geraten nein ja ich habe den tun aber ich habe kein führerschein oder doch ich habe ein führerschein alles klar ladies das war voll wie du hier mal aussteigen da habe ich mich voll blamiert stehen die doch nie mehr auf mich erst mal volle böhre vorbeigefahren entschuldige verschädigung ich bin ein baum gefahren okay ist hier aber bist du nicht ein wenig forscher laser ich finde so wie er fährt das ist alles okay das dürfte der perfekte ort für einen vater hier stellt uns niemand eigentlich kann ich fliegen also muss ich nicht unbedingt fahren zu können ist ziemlich wichtig wenn man auf ein date geht muss man doch fahren oder nicht wie mich nur in diese schlaumasse geraten bum bum auf geht das ist ja nur die nummer zwei gott das wird mich jetzt fertig machen warum nein das habe ich doch schon mal versucht solange wir hier auf der straße sind weil die sitzen gar nicht mehr im auto drin weißen das guckte mir auch zu ich kann auch feiern nicht ich habe hier noch wieder mal mein auto ein bisschen hoch gelevelt also 15 also ich weiß nicht ob das sehr hoch gelevelt ist aber schauen jetzt ging geht es doch eigentlich leicht nicht wieder so einer höllenstrecke erfahren muss wie eine da nicht mal versucht habe eine strecke wo ich irgendwo unter auch gott ist jetzt geht als den bachunter pass auf na ich weiß noch voll falsch hier sehr gut sie ist immer besser aus hier also was jetzt jetzt du meinst es kommt noch mehr natürlich du mein test wenn man einen sportliche fähigkeiten hey er war doch stark genug um diesen fies ding zu betreiben oder also müsstest du schon wissen wie was er drauf hat er bei kampfkürze ich will aber sehen wie er sich beim sport schlägt ok ok das war groß das heimann geht zum platz bei der orange ist da heißt wo wieder und ich warten auf dich ich will hier unbedingt weg aber ich glaube nicht dass ich damit davon komme ja wie war das gar nichts da ist aber hier noch komm ich zum weg zum weg zwei ladies warten auf mich mal satten bus irgendwie meinte sand hier alles von unten so zu sehen vom boden ja sonst fliegt ja immer noch wie ein blöder ja drüber ist ja eigentlich auch verkehr also gibt es ja auch wirklich so ampeln und wenn es rot wird dann halten die andere irgendwie so hat es ja sowas nicht so so wieder vergisst mir mal aufsteigt wie peinlich ja ja was geht also wie sieht der plan aus dem racer ich hatte ein baseball gedacht hier du bist doch unser bisschen beim sport oder etwa nicht wieder wie war es wenn du ein ball für den großen zeichen wenn wir es hey mädels was macht ihr denn ihr wisst schon dass hier kein unterricht ist oder ach du bist das schabler wir wollen aus welcher schlagfähigkeit diese knabi hat dieser knabe der große zeichen der verteidiger des rechts der große sei ja was du bist ja von denen reden ja dieser team ist also sehr verteidiger als rechts von denen alle erzählen sie nicht gerade besonders aus wenn er nach einem werfer sucht ihr habt ihn gefunden ich mache das ich wollte eigentlich wieder ein fahrer ob sie wirft hey ich habe gar nichts zu tun also lass mich doch werfen ich will gerne sehen was dieser verteidiger das rechts drauf hat es könnte lust werden diesen typen noch mehr als versager da stehen zu lassen als er jetzt schon der fall ist naja ok nur zu schabler ist jetzt ist irgendwen was ich möchte hey legen wir los ja ok ich werde ein fall im orbit pass auf ich noch mal drücken kreis ok schon wieder weg mit dem teil homerun der ball ist im orbit weiter ok naja vier naht fastball wart was hier streift nicht ich bin vorbei wir haben scheint gereicht war voll peinlich erst mal den ersten voll weg down dann die beiden anderen vermasselt ist nicht gut rüber gekommen und glaubt dass er ein meiner würfe getroffen hat natürlich hat er das immerhin ist das von gohan abgeschlossen da ist klar wenn diese karte sehr unbedeutend im lauf der story war schon mal alles im grünen bereich und du bist auch noch ein ziemlich guter fahrer ist auf jeden fall ein test bestanden um mein freund zu werden freund überleid war ich also wann ist unser erstes date ich hätte jetzt zeit ja also was heißt das ist kein denken mehr das heißt es doch nicht oder nein ich meine nur er sage ich glaube er muss los genau es gibt bestimmt noch leute die gerettet werden müssen ich darf sie nicht im sticht lassen entschuldigung hier trennen sich unsere wege und was mir noch gar nicht deine nummer gegeben tut mir leid aber ich habe kein telefon wie soll soll ich dich dann bitte bei der melden also was machst du ein großes heimel musst du nicht irgendwo hin ja muss ich lebe wohl und weg ist ja gerade dachte ich hätte den perfekten freund gefunden was kennst du ihn etwa was nein wie kommst du hin darauf naja und scheiß bin nur gerade irgendwie schlechte laune zu haben habe ich nicht hat sie auf jeden fall was hast du denn irgendwas stimmt mit dir nicht wirklich das war knapp ein grün das wieder im geheimen hat ich wollte auch nur verbrechen bekämpfen ich hätte ja keine ahnung dass ich auch ein geld gehen sollte aber sehr gut man hat man ein bisschen niedrig weil viele sind ja noch eine schau so das ist sicher schluchten bereich warum eigentlich nach kann einfach fokat gehen dann sehe ich einen blauen strahl und dann weiß ich wo ich hin muss ich bin schon in dem gebiet oder auch nicht oder das genau da okay länger als das wird das jetzt nicht dauernd glaube ich man kann man wieder an nachdem wir ein paar nebenquests gemacht haben ein bisschen weiter in der story man aber jetzt immer so weitergehen der wenn man wenn man so ein zwei paar gespräche und dann geht es ein bisschen weiter mit das soll wir wissen noch gar nicht wer die ganzen charakteren haben hinter uns sind ich werde auch von kanten watt vom kampf kommen wird krass alte schachtel baba ja der ungekehrt irgendwas baba urin aber auch so ok ich dachte bei branche gal dort schau zu ich eine mission für dich mache ja so das ist willst du was der schneider ist oft man nicht hier vielleicht sollte ich mit schausen reden ist der einzige grund schaut so der champion charakter besteht nur aus tension ich wollte hier vom kampf sporttonier erzählen und das ist mein vater zurückkommt okay ich kann sein kini spüren der ist tot tension hat er mir gerade alleine wahrscheinlich hat er sein key damit er meditieren kann verstehe weiß es ist und euch beide nicht zusammenzusehen stimmt was nicht mein zu tun braucht mich dann wird immer stärker und ich kann bald nicht mehr mit denen mithalten und schon lange nicht mehr mit dem beteil vielleicht ist er ohne mich besser dran nein das glaube ich nicht schau so was ist mehr hirsche pflügen die felder um es sind einfach zu viele bedachten du konntest uns vielleicht helfen sie loszuwerden durch sorgen wir dafür dass es sich für dich lohnt ich bin dabei echt vielen dank ich kann auch helfen okay dann teilen wir uns auf mit zehn auf euch ihr müsst auch ihr müsst nur ein paar loswerden so kann man sich um das gebiet süßlich vom dorf ich übernehme den rest geht klar aha es muss nur was südliche es muss der südliche teil abgeaktet werden hahaha was war das gar nichts ja durch okay ich muss noch ein paar hirsche fangen das kriege ich hin also ja beim ersten mal abgelaufen ist mit piccolo hahaha jetzt mal alle wälder da abgepflügt mit meinen kiebel hast ich finde das so kacke weil er ist irgendwie voll schwachsinnig ich kann es auch voll einfach so fangen muss ja nicht extra abschließen das ist kein dino saurier es ist ein paar kleine unterschiede sind noch mehr gebiete oder nur hier ich habe einfach ich muss ja nur loswerden ich sammle einfach die ganzen hier scheinen werft die im weltraum ein so stelle ich mir vor so wie herkules diesen ein film nein ich meine ich den display von herkules hat er irgendwie so ein bär ein ort geworfen dadurch ist irgendwie der große bär irgendwie dieses sternzeichen da entstanden rosa major oder irgendwie sowas kann es major oder was weiß ich wie das heißt und warum fliege ich nicht das geht auch viel schneller ja ich habe die alle auf dem planeten ausgeworfen ich habe hier schon für sich gelegt ich auch dank ihr zwei er hat uns wirklich schweifen es war nicht viel aber hier bitte nimmt das was von senja und möhren und zwiebeln wir wissen dass du uns wieder helfen wir es wie immer man schau so macht das öfter das macht er auf jeden fall sein telekinesis wirklich praktisch und tiere fortschaffen uns bei der landarbeit zu helfen ich mache gar nichts besonderes ich habe immer gerne wohl so gut ich kann ich mag auf dich nicht so wirken aber du bist uns wirklich eine riesen hilfe er hat recht also stelle ich nicht nicht mal unter den schöpfe tension an ich muss ja auch dankenschau so dank einer arbeit kann ich mich vor auf mein training konzentrieren helfe ich dir wirklich so viel absolut oder dich wäre ich nicht der mann der ich bin nur weil du dich abgehängt vorkommst dass du nicht einfach darfst du dich nicht einfach hängen lassen so nämlich zum beispiel ich habe zwar keine chance gegen die zeige aber ich trainiere trotzdem weiter oder ja wenn du zu schwach wenn du dir zur schwach vorkommst dann lassen zusammen trainieren zusammen genau zusammen okay ich gebe mein bestes tension an dank für all deine hilfe sonoren nach kein problem ich freue mich dass dir wieder besser geht danke ich immer mit es muss ja mit der schritt halten super dann werde ich mich auch richtig anstrengend gemeinsam wenn wir stärker werden genau macht den kleinen hoffnung er hatte schon gegen hätte wahrscheinlich noch nicht mal gegen cyber ein irgendwie damals die chance hatte ich will er nicht runter machen ich sage nur die tatsachen auf da fand ich einen ganzen kratzer zu das ist der berlin durch gejagt hat einmal der job von taube war auf der friste damals bekommen mit dragonborn da muss doch jetzt mal gesagt werden so gut wenn wir sagen in der nächsten folge macht man weiter mit der haupt story und ja ich sag dann dankeschön für zuschauen ich wenn ihr hinter das doch bitte ein like ein abo oder ein kommentar und dann sehe ich euch in der nächsten folge dankeschön für zuschauen und tschüss